Man kann ja auch so ziemlich allen eine Wissenschaft machen, so auch aus dem Pedalieren. Und ob das so wirklich Sinn macht, gucken wir uns heute mal genauer an. Peace, liebe Leute, und willkommen zurück auf unserem Kanal. Ja, pedalieren ist ja so eine Sache, die läuft fast schon so unbewusst wie das Atmen. Und habt ihr euch vielleicht schon mal gefragt, ob man da irgendwas optimieren kann? Ob ihr es habt oder nicht, wie geht das Thema heute mal gemeinsam durch? Im Grunde genommen ist es alles auf die eine Frage zurückzuführen, und zwar gibt es die perfekte Pedalierbewegung. Ja, schön wäre es, wenn es da jetzt eine Meinung gäbe, bei der alle irgendwie d'accord sind. Aber wie so oft in der Fahrradbranche ist es eben nicht der Fall, sondern es gibt alle möglichen Theorien. Und eine der beliebtesten ist der runde Tritt, wird von vielen als der Goldstandard angesehen. Und der beschreibt eben die Bewegung, wie es der Name eigentlich schon sagt, dass eben das Pedal nicht nur bei der Druckphase nach unten gedrückt werden soll, sondern auch bei der Zugphase nach hinten gezogen, bei der Hubphase nach oben angehoben und bei der Schubphase nach vorne geschoben wird. Klingt erstmal total sinnvoll und aus rein mechanischer Perspektive macht es auch absolut Sinn. Ich meine, wenn man in jeder der vier Phasen im Lot die maximale Kraft auf die Kurbel bringt, ist es logischerweise mehr Kraft, als wenn man es nur in einer der Phasen macht. Aber in der Realität sieht es dann doch nochmal ein bisschen anders aus. Laut meinen Quellen lassen sich da nämlich nur maximal 3% Leistungssteigerung rausholen. Gut, an der Zahl würde ich mich jetzt nicht unbedingt festnageln, aber es macht schon Sinn, dass der Leistungszuwachs da verschwindend gering ist. Die Sache ist nämlich die, die meiste Kraft kommt tatsächlich aus dem Oberschenkel und aus dem Gesäß bei der Druckbewegung nach unten. Und bei dem Hochziehen können wir in der Regel, wenn wir jetzt nicht irgendwie super trainiert auf eine andere Weise sind, nur einen Bruchteil von der Kraft rausholen. Außerdem ist es so, auch wenn viele von uns das denken, unsere Körper sind keine Maschinen und unsere Muskeln funktionieren einfach am besten, wenn sie eine relativ simple Bewegung immer wieder wiederholen müssen. Jetzt wird aber die Sache ja viel komplexer, wenn man zum Drücken auch noch ziehen, anheben und schieben muss. Und dann kann es sogar sein, dass beim Versuch vom runden Tritt mehr Energie aufgewendet werden muss als davor. Und dann kommt noch erschwerend dazu, dass unseren Muskeln kleine Pausen zwischen den Kontraktionen gut tun und die fallen dann in dem Fall halt weg und wir werden schneller müde. Hm, soll das jetzt heißen, eine runde Tritt ist kompletter Quatsch? Schon ein bisschen, aber ganz so drastisch müssen wir nicht sein. Wir können uns nämlich schon ein Stückchen davon mitnehmen. Und zwar vor allem bei Anstiegen ist es durchaus wichtig, dass wir konstant mit gleicher Kraft pedalieren, weil wir sonst einfach Gefahr laufen durchzudrehen, aber dafür müssen wir ja nicht gleich alle Tretphasen neu überdenken. Wenn wir uns das nämlich mal genauer anschauen, ist es ja eigentlich so, dass das linke Bein, das rechte Bein ablöst, sobald das linke Pedal weit genug vorne ist, um wieder Druck drauf zu geben und auch umgekehrt wieder. Das heißt, die nach oben Ziehphase, also die Zugphase oder Hubphase, können wir eigentlich schon mal vernachlässigen und uns nur noch die anderen angucken. Was dann jetzt nämlich nur noch übrig bleibt, sind die Phasen zwischen Druck- und Hubphase, und zwar Schub- und Zugphase. Das sind meistens die Phasen, in denen irgendwie so tote Stellen entstehen, in denen man eben ganz wenig Kraft auf die Pedale gibt, was sich dann durch eine Art Stop-and-Go-Fahr-Stil äußert, wodurch dann so Sachen wie Durchdrehen und so weiter passieren. Sprich, das wollen wir überwinden, also müssen wir uns entweder um die Zugphase oder die Schubphase kümmern. Die leichtere von beiden ist in dem Fall die Zugphase. Wir brauchen ja nur eine, weil sich unsere Beine ja wieder abwechseln. Also, machen wir die Zugphase. Die können wir nämlich ganz leicht anwenden, indem wir unsere übliche Druckbewegung, also nach unten, erweitern, indem wir weitergehen als jetzt 5 bis 6 Uhr und von da aus noch aus der Hüfte schön einen Puls nach hinten geben. Viele vergleichen das mit der Bewegung, wie wenn man sich einen Schuh abstreift, nachdem man irgendwie in den Hundes*** getreten ist. Also schön mit schön viel Druck nach unten, Fuß nach hinten ziehen. Aneignen kann man sich die Sache im Prinzip ganz einfach beim ganz normalen Fahren. Sprich, ihr nehmt vielleicht mal einen schwereren Gang, dadurch niedrigere Kadenz und fahrt damit mal einen leichten Anstieg hoch. Dann werdet ihr nämlich schon früher oder später merken, ob ihr bei 6 Uhr bzw. 12 Uhr Stellung von der Kurbel so ein bisschen in den Stocken kommt. Und genau das versucht ihr dann eben durch die Ziehbewegung zu überwinden. Das Schöne daran ist, dadurch, dass wir jetzt ja gar nicht nach oben ziehen, brauchen wir im Prinzip auch keine Klickpedale. Also es funktioniert auch mit Flats wunderbar. Man muss aber sagen, mit Klickpedalen ist es schon nochmal ein Stückchen leichter. Nicht umsonst sind die so beliebt bei allen Pedaliersportarten oder bei allen Disziplinen mit Pedalierfokus. Und die haben auch noch mal den Vorteil, dass Klickschuhe oftmals ein bisschen steifer sind und dadurch einfach eine effizientere Kraftübertragung haben. Plus man hat mit Klickpedalen den kleinen Vorteil, dass man noch so eine Art extra Joker hat. Wenn die Beine dann vielleicht doch mal schlapp machen nach einem längeren Anstieg, kann man sich einfach eher auf die Zugbewegung fokussieren. Also doch mal den Hub ausnützen, weil man damit einfach andere Muskeln beansprucht und den Druckmuskeln sozusagen eine kleine Pause gönnen kann und neue Kraft schöpfen kann. Ja und damit habt ihr eigentlich aus meiner Sicht alles rausgeholt aus der Pedaliertechnik, was ihr so rausholen könnt. Wobei es noch eine Kleinigkeit gibt, die ich noch ganz gerne anschneiden würde, wobei die ist gar nicht so klein. Nämlich die Sattelhöhe, die macht im Zweifelsfall mehr aus, als jede Pedaliertechnik ausmachen kann. Wenn der Sattel nämlich zu hoch ist, wird euer Tritt super ineffizient, ihr überstreckt euer Bein, dadurch ungesund fürs Knie, der Rücken leidet auch ein Stück weit drunter. Genauso blöd ist es, wenn der Sattel zu niedrig ist, weil ihr dann einfach durch die niedrige Pedalstellung nicht genügend Muskelkraft aufbauen könnt, nicht voll und ganz eure Muskelkraft entfalten könnt. Auch da habt ihr wieder hohe Belastungen auf die Knie. Deswegen, richtige Sattelhöhe ist wichtig. Die könnt ihr im Endeffekt ganz genau ausnutzen. Alternativ könnt ihr es aber auch so machen, dass ihr euch einfach aufs Rad setzt, Pedale bzw. Kurbeln auf 6 Uhr Stellung nehmt, eure Fersen auf die Pedale stellt und wenn dann eure Beine fast durchgestreckt sind, sollte die Sattelhöhe eigentlich passen. Dann könnt ihr noch irgendwie kleine minimale Änderungen machen, aber so solltet ihr gut unterwegs sein. Und dann solltet es mit dem Video jetzt auch wirklich gewesen sein. Falls ihr noch was hinzuzufügen habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und ansonsten freue ich mich wie immer, freuen wir uns wie immer über ein Like, ein Abo und wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace out.